Herzlich Willkommen, Entrepreneure. Wir kommen heute jetzt zur zweiten Frage, wenn wir unser Geschäftsmodell bewerten wollen. Wir haben das als Bewertungstipps von Alexander Osterwalder heute. Und zwar geht es darum, wie skalierbar ist das Geschäft. Skalierbar. Skalierbarkeit. Skalierbarkeit bedeutet, dass wir unser Geschäft vergrößern können, relativ leicht vergrößern können, ohne, dass die Kosten dementsprechend mitwachsen und wenn es zum Beispiel wieder einen Einbruch gibt, dass eben wir nicht auf einem fixen Kostenblock hängen bleiben, sondern dass die Kosten dann auch wieder dementsprechend gering bleiben oder auch dann zurückgehen können. In der Internet-Business-Welt ist es viel einfacher, zu so traditionellen Geschäften diese Skalierbarkeit zu erreichen. Jedoch gibt es auch bei der Internet-Welt ganz massive Unterschiede. Also ein tolles Beispiel, da bekommen Sie ja mit, was diese Skalierbarkeit betrifft. Facebook hat mit wenigen tausend Mitarbeitern, bieten Sie Nutzen an, nicht nur für Millionen, sondern für Hunderten von Millionen Kunden weltweit. Und da gibt es noch jemanden, der das noch toppt. Das ist Zynga, so eine Social Gaming Firma, die auf dieser Plattform mit diesen Hunderten von Millionen aufbaut, Spiele anbietet und Sie müssen eben nicht dieses Netzwerk erstellen, sondern Sie konnten das nutzen. Skalierbarkeit, also der zweite, die zweite Frage, wie skalierbar ist das Geschäftsmodell? Das wäre es für jetzt, bis zur nächsten Quizfrage. Ciao!